Willkommen hier in Bretschelt. Mein Name ist Christian Schmidt und ich bin Bürgermeister der Stadt Bretschelt und Teil des Projekts SMANA. Ja, moin, ich bin Hauke. Ich bin Förderscout in Nordfriesland. Das heißt, ich mache Projektentwicklung und Fördermittelakquise für die Kommunen. Wenn irgendwelche Fragen zu administrativen Dingen kommen oder zu Inhalten, dann helfe ich immer mit, die Kollegen zu unterstützen. Moin, ich bin Kira Sönksen. Ich bin die Stadtmarketing-Koordinatorin hier in Bretschelt und bin mit im Projektteam für SMANA. Mein Bereich ist unter anderem auch der Marktplatz. Hier geht es ja auch um den smarten Marktplatz, um ein Treffen für die Nachbarschaft. Und da das Thema Innenstadtentwicklung voll in meinen Bereich trifft, bin ich hier mit am Start. Hallo, moin. Mein Name ist Klaus Lass. Ich bin Bürgermeister der Gemeinde Breklum und Sprecher des Kooperationsraums Breklum, Bredstedt, Stukum und Vollstedt. Moin, ich bin Elisabeth und hier im Projekt SMANA für die Gesamtkoordination zuständig. Das heißt, ich behalte die Abläufe der einzelnen Arbeitspakete im Blick und vernetze die unterschiedlichen Projektbeteiligten miteinander.